Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Hellblade Senua's Sacrifice und zwar, wie es glaube ich unschwer zu erkennen ist, ist das hier die VR-Version. Ich spiele es mit der HTC Vive und es ist das erste Mal, dass ich das Spiel überhaupt starte. Das heißt, ich habe absolut keine Erfahrung mit dem Spiel, außer gewisse Trailer und kleine Videos, die ich gesehen habe vom Spiel, aber ich habe es noch nie selbst gestartet. Gespielt wird das mit dem Gamepad und ich bin schon total gespannt. Hallo, wer bist du? Es geht nicht. Willkommen. Sie sind mit mir. Ich werde hierher, schön und dichter, so ich kann nicht zu sprechen, ohne die anderen zu reden. Let me tell you about Senua. Now her story has already come to an end, but now it begins in you. What's happening? It's breathing. It's breathing. It's breathing. What? He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting things in here. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she tell you coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. They can feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old. Some are new. But they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look. Up ahead. In hell high. You see it too? You promised you could get you. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's there. They're here. Can you see them? I can see them here. Look around and you will see them. The drowned. The sick. Thrain. Yeah, they lie rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. Come on. They're watching. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. She can't. She can't. She's 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 she's. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. Shh, shh, shh. There's no going back. You can't do it. If anyone pushes away a world that conspired to cause so much suffering, there's nothing to go back to and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story. Okay, ich habe jetzt bewusst nichts gesagt, um einfach mal dieses unglaublich atemberaubende Intro genießen zu können. Das Spiel sieht absolut genial aus. Besonders in VR. die Atmosphäre mit den Stimmen im Kopf. Boah. Also, jetzt schon Gänsehaut pur. Ja. Mal sehen. focus. focus. look closer. look. use your eyes. she looking closer. she needs to look closer. focus. she needs to click on the button, or... Ah! ...and down through deep dark valleys. After nine nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Okay, also, das ist absolut beeindruckend. Ähm, ich denke, ich werde das so umstellen. Ja, ist mir, glaube ich, lieber. Aha, das macht sie automatisch, okay. Boah! Ja, w machst du das ? Ja! Das sieht absolut unglaublich aus Not this time Können Sie es sehen? Die Land der Mist und Fog. Die Ophel war richtig. Was war es, er sagte? Die River von Knives, über which lies die Halls des Hellen. The place they call Hellheim. Where are you? I hear you. So, he's there, you know it. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Hellheim. And the goddess Hela holds his soul there. Come on. Her dear beloved, Dillian. Also auch die, diese bewusste Designentscheidung bei Cutscenes in eine Art Kinoleinwandmodus umzuschalten. Ah, so schockt. Äh, die finde ich auch richtig gut eigentlich. Die Stimmen sind, boah, heftig. Die soul still lives. She needs to save his soul. She needs to save the world. She needs to lay him to rest. He's already dead. She can save him. There's nothing she can do. She thinks she's going to save him. She's going to save him. She'll never make it to Hellheim. Sie kann ihn nicht hier lassen. Sie braucht ihn. Ich mache meine Kopfbewegungen mit. Jaaa. Zumindest in der Höhe. Das ist ja interessant. Ich weiß nicht, wo du bist, oder? Nein, ich mache meine Kopfbewegungen mit. Wow. Oh, das ist... Ich finde keine Worte hierfür. Das ist unglaublich. Ein unglaublich intensives Erlebnis. Oh, look. Oh, look. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfaheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in the world of ice. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay. Okay. There, there, there. What the hell? Look down, look down, look down. That's it, that's it, that's it. That's the way. Ahahahaha. Can I there? um du bist unverblanzable du wirst du nennst, wo du wirst du komm her geh her, deshalb musst du dich nicht Die Gämmen sind unangenehm. Großes Tor. Ski. Sie sind uns lodge. Sie werden dich verinnen. Sie werden etwas verlettern. Soll ich nicht one her. Nichts hören. Ich war gerade gefühl. Ich finde ich länger leben wie das ist. Ich werde nie mit mir die Hände besuchen. Never! gover. Druth? Ist das hier? Sie sind hier? Sie sind hier? Sie sind hier. Sie ist hier. Sie ist hier. Sie sind hier. Druth ist hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie haben hier gehalten. Sie werden dir in diesem Leben und das nächste. Ich werde dir meine Geschichte von Hell, wenn ich mit dir gehe. Sie erzählen wieder deine Geschichte, Odurette. Ich höre. Sie sind hier. Die Runen schlagen die Gäten zu hell. Fokus auf dein inneres Augen. Und du, auch, werden sie sehen, was hidden in plain sight. Um... ... 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 Die gate ist open. Geh durch die gate. Geh durch die gate. Es ist gefährlich. Geh durch die gate. Was ist hinter dem gate? Wo wird es dich gehören? Es ist nicht sicher. Es funktioniert. Ich habe sechs Jahre in der Höhe geschläge in der Höhe geschläge. Aber ich habe den Orphan gesehen. Ich habe ihre Weise gelernt. Ich weiß, du hast. Du hörst? Wenn alle anderen lachen. Meine Leute zahlen den grossen Preis. Ich schreibe meine Geschichten mit dir. Und zusammen werden wir die Norden fühlen, unsere Führung. Das sieht so... Plastisch echt aus. Die Animationen... Oha! Wow. Einfach hier... You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that. Little slip. Oh. You can't just wish things away. Oh, yeah. Oh, yeah. Die Welt des Todes ist regiert von der Giantess, Hela, die Frau von Loki. Die Gottes feiern ihre Bloodline, bad auf ihre Mutter's side, und viel worse auf ihre Vater's. So, als Kind, die Allfather cast sie in Helheim, und sie hat die Macht über die Menschen, die von Krankheit, Krankheit, und Selbstslautern. In all den Nine Worlds, nur Hela kann die Todes. Für Hela, ihr Dillian wurde gegründet, und mit ihr, ihr solltet. Okay, hier geht's dann runter. Okay. Also das wirkt wirklich, als wär das Spiel gemacht für VR. Das ist, ehrlich, ganz großes Kino. Und es läuft eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin durchaus beeindruckt. Hier geht's nicht, weil ich nicht so gut bin. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wenn die Stadt zu Helheim verbreitet, hat die Leand aus den Todes. Ist das die Hela selbst? Die half-rotten Gottes, die über die Hela riecht über Helheim? Ja, was es passiert? Was die Überraschung, die hinter dem Tür, muss sie ihn finden, muss sie finden. und ihm. Shhh. Someone's here. Uh oh. Ha 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 ha. You. You took him from me. This looks like me. I beg you. Let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Woah. Ah. What are you doing? You're killing me. You're going to die. Get out of here. Get out of here. Mrs. Compton. Come to you. Get out of here. Get out of here. Uh. Okay. Get out of here. Boah! Boah! Du hast ihn. 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 Eine Vision. Of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head. The seed of the soul. Until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Okay. Okay. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillion taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He is. He is. He is. He is. hinter dem Garten zu Helheim. Um die Garten zu öffnen, musst du erst die Gäste, die es schützen. Der Gäste von Feuer, Surt und der Gäste von Illusion, Valraven. Spillt ihr Blut, um die Garten zu Helheim zu öffnen und in die Lande des Todes zu entdecken. Ich bin von einem Spiel so beeindruckt. Ich will jetzt eins versuchen. Ich schwitze, obwohl ich eigentlich nur sitze und mit dem Controller spiele. Ich werde jetzt mal hier zu meinem Ich werde jetzt mal hier zu meinem Platz gehen, wo ich ein wenig Platz habe. Das ist hier drüben. Jetzt werden wir mal die Kamera genau ein wenig nachjustieren. Vielleicht so her. Und jetzt steht mit Senua wirklich vor mir Oh, das ist ein Stück größer als ich. Also wenn das nicht beeindruckend ist. Ich kann fast hingreifen. Ich habe die Details. Wow. Ah, das ist gut zehn Zentimeter größer als ich. Wow. Also, richtig, richtig beeindruckend. Jetzt So. Das ist wirklich beeindruckend. Okay. Ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.